Willst du 120 Jahre alt werden? Ja, so eine Frage, die verwirrt manche, die sagen, 120, das ist ja völlig abstrus. Nein, ist es nicht. Aber man wird es nicht von selbst. Also, jetzt nur irgendwelche Enzympräparate zu schlucken, das wird nicht reichen. Der erste Schritt, wenn man 120 Jahre alt werden möchte, der ist, dass man mal sich selbst hinterfragt, tue ich da genug für? Habe ich meine Ernährung vernünftig aufgestellt? Passe ich auf mein Körpergewicht auf? Was ist mit meinem Blutdruck? Mache ich ausreichend Sport? Rauche ich? Trinke ich vielleicht zu viel Alkohol? Das sind alles so Themen, die ganz, ganz wichtig sind, nicht nur um 120 Jahre alt zu werden, sondern um gesund alt zu werden. Denn was nützt es, wenn du 120 wärst und dein Gehirn funktioniert nicht mehr, weil du eben jahrzehntelang nicht gut zu deinem Körper warst. Das ist der eine Punkt. Die Kinder, die heute geboren werden, die werden wahrscheinlich noch älter als 120, weil die Medizin in diesen nächsten 120 Jahren unfassbare Fortschritte machen wird. Die Diagnostik wird viel, viel besser. Die Krankheiten werden fast alle heilbar oder chronifizierbar. Die Mikroorganismen werden viel genauer analysiert. Also es passiert unfassbar viel. Und auf diesem Weg sei dabei, mach mit, aber achte bitte auf deinen Körper und nutze dafür gerne alle möglichen Variables, wo Daten von dir erfasst werden, wo sie analysiert werden, wo eben auch künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Das eine wird ohne dem anderen nicht gehen. Also alles Gute für dich. Ich drücke dir die Daumen, dass du vielleicht auch 122 wärst bei bester Gesundheit und ich freue mich dann für dich.